Sie sehen hier eine Digitaluhr mit integrierter Speicherkamera. Das Objektiv der Kamera lässt sich nach unten verschieben, aber auch wieder leicht nach oben ausrichten. Schalten Sie mit dieser Taste die Displaybeleuchtung ein und wieder aus. Bevor Sie eine Aufnahme beginnen, müssen Sie eine SD-Karte einlegen. Öffnen Sie dazu den Deckel auf der Rückseite der Kamera, legen Sie dann die SD-Karte ein und schließen Sie den Deckel der Kamera wieder. Nun kann eine Aufnahme beginnen. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild der Kamera. Das Objektiv wird nun nach unten verschoben und wieder nach oben. Zum Abschluss hören Sie noch eine Original-Tonaufnahme der Speicherkamera, die über ein internes Mikrofon verfügt. Dies ist ein Test der Tonauszeichnung der getankten Kamera. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de